Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dreamfall Chapters. Jawohl, wir sind wieder hier, wir sind jetzt, haben mir gerade der Frau geholfen und das nehme ich dann im Voraus auf, denn ich wollte die erste Folge einfach mal raushauen, gleich am ersten Tag, denn, naja. Die Folgen werden jetzt weder länger, sagen wir mal so. Und hier habe ich Dunkelheit, aha. Oh Gott, ich glaube jetzt passiert gleich was. Mal schauen, sitzt jemand? Wer könnte das nur sein? Oh Gott. Dass er gebührt hat. Es ist schmerz. Es ist zu schmerz. Ich kann nicht, ich kann nicht動be. Nein, nicht. Nicht, nicht mehr näher. Wer bist du? Warum bist du hier? Bleib mir allein. Hm. Okay. Warte mal. Ich kann... hm. Da ist kein Licht. Oh, warte mal. Was war hier? Das hier. Das Symbol steht doch aus wie Licht, oder? So, ja, also Spezialfähigkeiten. Nochmal vielleicht. Anwenden. Oder ist das das Licht? Nee. Er ist so, so, so Angst vor dem Schmerz. Of, was in ihm schiebt. Aber es ist... ... etwas anderes. Oh, ich kann nicht auf ihn. Ich glaube, es ist Zeit, wenn wir uns nicht helfen, oder? Nee. Ich glaube, da hilft er meistens noch das hier. Das ist nämlich auswildig. Aber ich muss mit ihm mal reden. Was muss ich denn machen? Hm. Irgendwie muss das doch funktionieren, oder? Hm. Ich guck mich mal um. Muss ich das irgendwie von hier machen? Das sieht doch wie Licht aus. Hm. Nee, das macht keinen Sinn. Eben. Eben. Wie komm ich dann raus? Rätsel über Rätsel. Schauen wir uns mal um. Schauen wir uns mal um. Hm. Hier sind ein Sessel und die Höhle, ne? Und wir können uns auch nicht unglaublich schnell bewegen. Ich gehe vielleicht mal maximal zum nächsten Posten. Aha. Okay. Die Lampe zeigt halt schon mal an. Ist doch schon mal gut. Aha. Bingo. Nein. 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 Das kann nicht. Das kann nicht sein. Das ist zu real. Zu real. Das ist weil du mit einer drennmacht zu einem drennmacht. Wenn du nichts mehr wenn du einst, dann das. Die drennmacht sind gefährlich. Ne. Use sie. Oder du dich hier verletzt. Und vielleicht, ich werde dir wiederum. Nein, nicht sagen das. Nein, sagen das. Ich werde mich erinnern. Ich versuche, ich will nicht immer wieder zurückkommen. Ich will wieder eine Traummaschine. Okay, die Lampe können wir also nicht reparieren, oder wie? Oder kann ich die erst jetzt reparieren? Okay, also wir haben anscheinend Kräfte hier in der Storyline. Okay, das wird noch lustig werden, hier. Er kommt, so, wir müssen die... Komm schon. Ah, nicht gut. Muss es was anderes... ...einfallen. Vielleicht... Erstmal das verlangsamen. Und dann irgendwie... Und dann... Ja, wir können nicht beides gleichzeitig machen. Und dann verlangsamen. Scheint zu funktionieren. Hm... Okay. Wir müssen nah genug dran sein. Wir müssen das Licht aktivieren. Und wir müssen die Zeit verlangsamen. Okay. Alles gut. Und dann die Lampe als nächstes. Alles gut. Alles gut. Ich denke wie eine Notiz da oben. Ah, jetzt geht's. Licht an, bitte. Okay, wir haben also diese komischen Kräfte hier in dieser Welt. Huh. Okay. Oh, oh. Oh. The dark is everywhere. There's a light inside him, but it keeps turning off. Something, it's him. The source of the darkness. He's feeding it. His fear is totally out of control. Oh, he's fighting me and he doesn't even know it. He needs to stop or I can't help him. Okay, kann ich den nochmal anmachen, oder? Something's blocking me or fighting me. I can't light it. It's happening again. It's happening. The darkness is closing in. You're letting your fears control you. I hate the dark. I can't stand it. I know, and you're feeding it. You need to let it go. Your fears and worries. You have the power to banish this darkness, remember? The light within you? That's right. The dark makes me forget. So, just let it go. Brighten up. Shine for me, you crazy diamond. But I don't... I don't know, how to turn it on. You're not alone. I'm here to help you. Thank you. Kann ich dich jetzt beleuchten? Sehr schön. So, dann gehen wir doch ins Licht. Na, geht doch. Geht doch. Ja, komm. Ah, ich kann zoomen auch. Gerade bemerkt. Okay. Hier kann ich nicht links. Ich muss mit dem nochmal reden, anscheinend. Und so, ich gehe dir auch gerade... Nicht gerade... Ähm, zoom... Raus. Raus. Raus zoomen, wäre cool. So. Was haben wir hier? Emerald Chit Chat. Was ist das hier? Wähle ein Ziel für den Mann. Ah. Kein Problem. Anschauen und ja. Und es ist ein weiterer... Screenshot und ich schon mal gesehen habe. Was ist das da hinten? Was ist das? Ein Bett. Ein Bett. Ich weiß, was das bedeutet. Oh. The fuck? What are you doing? Get away from there. Oh. That's one disturbed wardrobe. I'm glad this is not my dream. I'd be absolutely terrified. Oh. Oh nein. Ich kann nicht in da gehen. Es wird mich lebendig sein. Nicht, wenn wir ihn zuerst. Hast du die Schlüssel? Ich weiß nicht, wo es ist. Meine Mutter lockt es jede Nacht, und sagt mir auf die Hände. Oder soll ich ihn auszuhören und den Monster haben mich? Großartig. Keine Angst, ich finde die Schlüssel. Und was da drin ist, ist nicht für mich. Ich versuche. Du bist, wie ein Super-Hero? Etwas so. Was denkst du von meinem Kostüm? Es ist wirklich cool. Okay, dann... Sie... Sie... Sie hatte ein Licht. Oh, sie hat es geschlossert. Es... wurde weggeflogen. Sie weiß nicht, wo es ist. Sie wird nicht nachschauen, für das Licht selbst. Sie ist Angst, dass es in der Nacht schlägt. Hey, wer kann sie schlägen? Das stimmt wohl, ne? Wir dürfen jetzt suchen, wo der Schlüssel ist. Das wäre ein bisschen obvious, wenn der irgendwo hier wäre. Und das Bild schaut richtig gruselig aus. Hm. Und wie ich das hier sehe, dürfen wir... Oh, hallo. Dürfen wir... Ich gehe jetzt mal so Super-mäßig spielen. Ein bisschen... aus der Storyline. Die Leute retten. Hm. Okay. Ich gehe dem Teil jetzt mal noch nicht zu nahe. Unter dem Bett Licht. Yay. Oh, das ist doch ne süße Lampe. Ja, Torch. Wow. Ähm. Combine. Examine. Warte mal. Vielleicht kann ich jetzt... Normal und das Pitcher? Nee. Ah. Ah. Weg. Warte. Aha. Aha. Ich glaube, ich weiß, was ich tun muss. Was? Es ist zu schnell. Ich schiebe, bevor ich sie zerstörte. No. Jetzt. Hm. Hm. Es ist zu schnell. Ich schiebe, bevor ich sie zerstörte. Licht kann funktionieren, aber ich glaube, dass es nichts zu schützen. Es ist zu schnell. Ich schiebe, bevor ich sie zerstörte. Es ist zu schnell. Ich schiebe, bevor ich sie zerstörte. Es ist zu schnell. Ich schiebe, bevor ich sie zerstörte. Es ist zu schnell. Ich schiebe, bevor ich sie zerstörte. Es ist zu schnell. Ich schiebe, bevor ich sie zerstörte. Jetzt ging sie erst. Komisch. Na, egal. Scha, scha. Tatsächlich. Anscheinend war. So, wo ist denn der Schlüssel? Hm. Hängt dort der Schlüssel? Aha. Ich habe was. Einen Schlüssel. Und die Lampe ist komischerweise verschwunden dadurch. Das ist auch Adventure-Logik. Okay. Ja, du hast einen Key. Guckst du? Ja. Juss. Nein, nicht zu nahe. Es wird dir kommen. Sie sind sicher. Sie sind sicher. Danke. Aber ich weiß nicht, wie ich nach Hause komme. Ich weiß nicht, wo meine Mutter ist. Sie ist auf der anderen Seite der Schlüssel. Sie ist auf der anderen Seite der Schlüssel, wunderschön. Sie ist... Es ist schrecklich. Was da war, ist jetzt weg. Ich versuche es. Komm schon. Okay. Und alle mit dem Dreamer verbunden. Hm. Du benutzt eine Maschine? Mom macht mich. Sie sagt, dass es mich aufzuhören hat. Dann hat sie Zeit für sie spielen. Die nächsten Mal, wenn sie das tun hat, musst du sagen, nein. Sie will nicht. Vielleicht nicht. Aber du sagst ihr, dass es gefährlich ist. Dass es dir schrecklich ist. Und wenn sie nicht zu hören, erzähl jemand anderes. Oder schreie, 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 schreie. Ich würde einfach... ... niemals, niemals benutzen eine Dream-Maschine. Ich könnte sagen, Vater. Er wohnt nicht mit uns, aber ich spreche immer mit ihm. Du machst das. Jetzt geh durch und du wachst wieder. Ich bin hier. Was ist dein Name? Zoe. Und erinnere mich, kein Dream-Time. Ich kann dich nicht wieder finden. Es muss stoppen. Der Vagabond. Ja gut, okay. Dann heißt es auf Deutsch halt Der Vagabond. Okay, dann hast du wirklich Vagabond, okay. Alles klar. Dann reden wir mal mit ihm. Oh. Oh. Ja. Aber all I once had is gone forever. Home? All I once had is gone forever. There's no home to go back to and... ... and I don't want to be the person I used to be. I have a pole. I'm not going home. There's nothing there for me. There's... ...no one. There's no one. Besides, I'm needed here. What will happen if I just... ...abandon them? Ah, schwere Entscheidung gleich mal hier. Ich bin sehr glücklich, dass ich mich wieder aufwachsen bin. Ich bin sehr glücklich, dass ich mich wieder aufwachsen bin. Was ist das Problem? Es gibt keine Zweckere Chance. Alle Ziele führt zu dem gleichen Ergebnis und meine Aktionen haben keine realen Werte. Warum Sie sich nicht so schrecklich? Ich bin sehr glücklich. Ich kann es nicht tun. Der Traum wird verletzt. Der Welt wird schmerz. Sie alle braucht dich. Ist es nicht genug, dass ich das, das wo ich bin? Ich bin in Kontrolle hier. Er ist mir gefragt, aber ich weiß nicht, was da passiert. Ich habe meine Arbeit gemacht. Du hast hier lange Zeit, Zoe. Die Dramatische Krankheit hat nicht abgett. Es hat sich verletzt. Ich dachte, wir haben das gehalten. Ich bin sicher. Wenn du deine Frau zu schüttelst, die Verkauf ist, wurde der Zeitverkaufst. Die Gehe von der Hoffnung, die Verzüge auf die Träume der Millionen, war an den Ballen der Realität. Ja. Und ohne dich, der Welt wäre in Chaos. Nichts verloren war in den Sinn. Nichts, was gegründet, war ohne Sinn. Du hast hier in der Tiefe genommen, weil du den Dramatisch bist und du wachst in diesem Ort. Aber deine Welt ist in einem Traum, der nie endet. Ich habe das nicht gesehen. Es ist eine aberration. Du hast deine Realität einmal, Zoe. Diese Zeit, all die Welt, all of Storytime, all of Time ist an der Strecke. Wenn du dich aufwarten, das alles wird ein Traum. Und das Traum wird schnell verschwinden. Soon, es wird völlig verletzt. Unless du dich kämpfst, um es zu erinnern. Was muss ich erinnern? Du musst dein Herz und dein Herz zu messen, von denen, die wissen, was zu tun. Ich weiß nicht. Ich bin nicht um, Zoe. Much ist von mir geblieben. Ich kann sehen, dass alle Fälle, wie sie sie verletzen sind. Aber die größte Weave selbst ist zu groß für mich zu sehen. Ich bin zu nahe. Und sogar hier, ein paar von dem Vergangenen ist... ...obstur. Das tut mir leid. Ich glaube, dass jemand mir meine Erinnerung durchsignet. Okay. Er fragt mich, um eine Wahl zu machen, aber es fühlt sich nicht, dass diese Wahl wichtig ist. Am Ende des Tages, ich spiele nur mit jemandem. Das ist meine Wahl, um zu machen. Auch wenn ich nicht die Konsequenzen weiß. Ich glaube, dass du nie machst. Du machst nur, was du fühlst, ist richtig. Wenn es eine kleine Chance gibt, dass meine Wahl wichtig ist, dann kann ich nicht sagen. Das stimmt. Wenn du hier viel länger bleiben kannst, kannst du niemals gehen. Und dann ist die ganze Geschichte. Die Menschen, die du liebst. Die Menschen, die du liebst. Die Menschen, die du liebst. Und alle anderen. Die Vergangenheit, die Vergangenheit und die Zukunft. Die Geschichte von einem Büchern ausbrechen ausbrechen. Also, zurück. Ich bin der Welt. Ich bin der Welt. Ich bin der selbst. Ich bin der Welt. Also, was du machen willst? Ich bin der Zeit. 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 Die Geschichte hatte ein Anfang und ein Ende. Aber es war nur die erste Halbe. Wie bin ich aufgewachsen? Da ist eine Tür. Findet die Tür und es aufbauen. Und du wachst. Wenn es aufbauen wird. Wo ist die Schlage? Die Zeit. Und du wachst. Du wachst. Du wachst. Ich versuchst nicht. Aber ich habe keine Schlage. Du wachst. Du wachst. Ich muss dir auf das. Ich werde dir auf das. Ich werde dich wiedersehen. Wenn du wieder einmal sehen? Wenn alles gut geht. Nach dem Ende der Reise. Wenn du deine Geschichte fertig ist, Du wachst. 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 Ich werde dir das. Du wachst. Duw den gehst. Unlock die Tür. Wachst. Du wachst. Du wachst. Ich versuchst mich. Ich werde dir in deinem. Ich bin in deinem. Du wachst. Das sind größere und spüren. Aber sie sind gleich. Das wäre egal. Du wachst. Du wachst. Flippende Texturen, ja. Aber, wie noch immer gesagt, ist ein Indie-Game. Und geil. Okay, dann speichert es hier das Spiel erst mal. Und ich werde mich mal verabschieden. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und bis dorthin, spielt schon brav weiter.